So, hier bin ich wieder. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich möglichst schnell wieder an den richtigen Ort komme. So, welch Glück. Ich brauche eh gerade wieder Heiltränke. Mala, mala. Mach uns gesund. Ach, ich glaube, der hat den ganzen letzten Stand nicht so wirklich gespeichert. Na toll. Ja, gut. Aber leider ist kein Portal mehr offen. Das wäre gut gewesen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jetzt sagt das, jetzt wo ich wieder gehe. Okay, das ist auch mit ein bisschen Verzögerung gekommen. Nimm das, nimm das. Jo, und das nehme ich irgendwie mit. Und ja. Gut, schauen wir mal, wo der letzte Wegpunkt ist. Vielleicht renne ich einfach an ein paar Viechern vorbei. Ich habe die Heiltränke vergessen. Oh, ein Jabari, wenn ich schon mal dabei bin. Wo ist ein Quakek jetzt? Ah, da. Über 9000, dieser Jabari. Hm, ja stimmt. Er hat sich ja noch mal ein bisschen stärker gefühlt zuletzt. Lala, Leere. Warum kannst du die nicht besser einsortieren? Weil ich wollte, die sind platzfrei halten. Für Loot. Natürlich für Loot. Für was denn sonst? Der größte Pirat bei Star Wars. Loot Skywalker. Tja, Wegpunkt. Schauen wir mal. Und es gehen hoffentlich im Hintergrund keine Fenster mehr auf jetzt. Weil die Monster hatten bestimmt überall ihren tollen Respawn. Na natürlich. Was frage ich überhaupt? Oh, Sukubus. Ihr seht nicht aus wie Sukubi. Euch fehlen die Qualifikationen. Oh, war es jetzt auch noch ein Boss hier? War ja klar. Jabari, du Idiot. Stellt sich wieder mitten rein. In der Grundschule der Eisenwölfe hatten sie kein Weglaufen-Training. So, die ist weg. Dann muss ich mal gucken, wo ich überhaupt hinrennen muss. Ach, ich hatte ja ein Level ab. Vielleicht sind die Gegner deswegen jetzt auch gleich mal ein bisschen stärker. Okay, aber die kenne ich ja noch von vorhin. Entfernt eure Fleischpalschen aus meinen eisernen Buchsen. So, wie weit hier drin war ich denn? Ach, gar nicht mal so weit. Ja, das passt. Ja, dann. Dann ist es ja nicht so schlimm mit dem Absturz. Ja, das hat die aktuelle Diablo-Version hier auch so als Problem. Nicht nur, dass sie eh schon die ganzen Schwierigkeiten macht. Nein, sie stürzt auch ab, wenn man halt irgendwie von einem anderen Fenster ins Windows rausgeschmissen wird. Oder Alt-Tab machen will. Dann geht es halt gleich mal hinüber. Das habe ich gehört. Wer röchelt so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Dämon und er spinnt. Garnots Beil ist aus dem Kreise und tötet Dämonen auf diese Weise. Da geht ihr kaputt, Jungs. Da bin ich mir sicher. Schode-Schlitzer. So, die ganz großen Haltränge hebe ich mir mal wieder auf. Könnten für Ball vielleicht nötig sein. Oder zumindest empfohlen. Empfehlenswert. Schreiender... Ah, hätte ich jetzt noch nicht nehmen sollen. Ich war nicht schwer verletzt. Was soll's. War der Klickfinger wieder schneller? Aber hier muss man ja auch so viel klicken. Das ist dann fast schon ein Reflex manchmal. Man sieht, dass da oben in der Mitte was steht. Und wupp! Geht's los. Gleich elf Millionen EP. Ich bin überladen. What? Are you secure? Bist du sicher? Bist du gesichert? Klaas, 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 Klaas. Was immer noch nicht wie Klaas aussieht. Krumpf, Gnom, Brubble. Krumpf, 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 Kr Dabei heißt es doch immer für jede Sprache Vokabeln lernen. Oh, 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 oh. Ach, wenn die sich auch nicht treffen lassen, die Schweine. Ach, jetzt kommst du noch. Du bringst deinen Bruder mit. Naja, noch hab ich Heilbränke. Guter Zombie-Kopf. Warum sollte das jemand wollen? Ah, nicht den starken Heiltrank weg. So. Ihr nervt. Ihr seid wie die Gurkaufen Hamburger. Keiner mag euch, aber ihr seid immer mit dabei. Haben wir es? Ja, wir haben es. Wohnt ihr eigentlich hier, oder seid ihr nur zum Spaß hier? Wer geht hier halt gerade mal mit den Tentakelgassi? Und wollt fremder Leute Schrittentakeln? Perverse hier. Oh, oh, nein. Nein, das war eine schlechte Idee. Äh, Fluchtportal zur Sicherheit mal. Weil ich weiß, wenn die so super schnell sind und dann ausgerechnet die Minotauren hier muss das sein. Ah, Mist. Jetzt wollte ich hier unten hinflüchten, aber da sind ja noch Viecher. Weil ich ja rausgecrasht wurde. Och, nö. Leute. Oh, die Ausdauer geht aus. Ich werde Chlorreich untergehen. Ah. Dreck, Dreck, Dreck. Brunnen. Sehr schön. Kann ein bisschen was helfen. Oh, weah, oh, weah, oh, weah, oh, weah, oh, weah, oh, weah, ja, ja, ja. Müssen die aber auch alle Schritt halten können von denen. Ich meine, klar, die sind so ultra schnell. Oh, Gernotle. Das überlebste, glaube ich, nicht mehr so gut. Oh. Ah, naja, ich meine, hier und da kann ich einen weghauen, aber... Aber die können auch meine Himmelszaust unterbrechen. Weg mit dir, du Mondfürst. Oh, und der ist auch schon fast tot. Super. Ab jetzt geht's. Jetzt wird's leicht. Gut gemacht, Gernot. Gut, ich bin stolz auf dich. Na, blub. Blub. Okay, so, passt das erst mal wieder? Irgendjemand von denen was Gutes verloren? Ja, also manchmal kann er ja auch seinen Eifer nicht einsetzen. Scheint auch ein Bug zu sein, kann ich mir nicht groß anders erklären. Außer der Winkel wäre auf einmal wichtig. Und trotz der ganzen Bugs spielen wir es durch. Ja. Iron Man. Der eiserne Gernot. Und sein eiserner Spieler. Ja. Okay, zwei sind wohl hängen geblieben von der Gruppe. Hat sie auch zwei Äxte, die dumme Kuh. Sie gehört doch auf die Weide und macht zu. Ja, hier von der anderen Position aus konnte ich jetzt wieder eifern. Aber davor hat er immer so einzeln langsam geschlagen. Ja, wenn das Portal schon mal da ist. Kurzer Zwischenstopp. So. Nein, ich will die Guten. Ja, komm. Der eine geht auch noch. DC. The Canes, ihren Deckert. Nee, anderen Strom. Kutzrall. Du kommst auch noch dran. Okay, wie viele Portale habe ich eigentlich noch? 14. Gut, reicht. Muss wohl ein paar eingesammelt haben. So, da war ja die böse Urne. Hier sind sie aufgetaucht. Okay, Luft ist rein und kühl. Jetzt ist sie nur noch kühl. So, damit ihr es gleich mal alle wisst. Ihr werdet gehimmelsfistet. Skyfist for everyone. Oh, oh. Äh, kurz mal ein Mana-Trank. So. Und weiter geht's. Äh. Habt ihr es gesehen? Eben wollte er wieder nicht eifern. Aber hier geht's wieder. So. Euch tanke ich weg. Ihr Hundesöhne. Okay, nichts gegen die Hunde. Nur gegen ihre Söhne hier. Also, äh. So, und jetzt machen wir Mittag. Puh. Knoppers. Das Frühstückchen. Nom, 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 nom. Äh. Pfundmirst. Aha. Oh, 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 mein Gott. Da ist wieder Party. Ah. Stampede. Rinderwahn. Der Kreuz fällt sie an Jakob. Bauts, bauts, bauts. Müssen die auch zwei so große Schwängelexte haben. Hier ging jetzt wieder nicht eifern. Jetzt geht's wieder. Okay, aber mein Mana ist jetzt auch niedrig. Wenn's jetzt gleich nicht mehr geht, liegt's auf jeden Fall auch da dran irgendwie. Heildrank. Hey. Äh. Nimm den mit, Garnut. Deswegen hab ich ihn angeklickt. Kein eifern. Und hier geht's eifern wieder. Ich verstehe es nicht. Aber ich bin ja auch kein Programmierer oder Game Designer oder Spieltester oder Bugfixer oder... Keine Ahnung, was? Hört auf, mir die Tentakel... Hört auf, mir die Tentakel irgendwo hinhauen zu wollen. Irgendwo reinrammen zu wollen. Da ist Einwandstraße. Merkt euch das! Könnte nicht mal einer nach dem anderen... Das sieht mich noch nicht mal, aber er kann mich genau angreifen. Naja, okay, das gestehe ich den Monstern mal zu. Sie haben nämlich sonst eh keine Chance. So, Gläser, die keine sind. Kadaver mit Öl-Elixier. Reiben wir uns ein. Und mit Bahl sich denkt, oh mein Gott, jetzt bin ich dran. Kommt der eingeölte Garnut. It's Playtime! No, Garnut, no! Yes, yes, mein lieber Bahl! Ja, ich weiß, ihr habt Minz frischen Atem. Die Camon Yola-Minze gesnackt, die gibt's nur bei euch. War eigentlich nur ein Marketing-Gag. Jetzt hab ich's verraten. Zum Gipfel des Ariad. Aber der letzte Wegpunkt war doch in diesem Himmelsturm oder Welten-Turm oder wie's heißt. Gibt's hier noch was? Der Klassiker mit zwei Hörnern und zwei PS oder wie? Oder doch nur ein PS? Einen halben? Aber ordentlich Zugkraft. Na? Hier irgendwo noch eine Säule des Bösen vielleicht. Ja, ihr natürlich wieder. Wer hätt's gedacht? Batz, Batz, Batz. Batz, Batz, Batz. Batz, Batz. Bada, Bada, Batz. Bada, Bada, Batz. Hier kommt der Eiermann. Bada, Bada, Batz. Bada, Bada, Batz. Will er neu ihre Eier. Bada, 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 Bada. Das war nicht so gemeint. Oder war es das? Hm. Na, ich glaube, ich werde hier vielleicht wirklich nix Interessantes oder Wichtiges mehr finden. Könnte ich eigentlich schon rausgehen. Aber die Erfahrung. Hm. Aber, aber ich weiß ja noch nicht mal mehr, ob ich noch einen Aufstieg kriege für bei Baal. Aber so groß könnte sie ja eigentlich auch nicht mehr sein, glaube ich. Die Höhle müsste ja so gut wie durch sein. So. Fallum. Langsam werden sie ein bisschen anstrengend. Okay. Hier ist fertig, da unten. Kommt aber... Ach, ihr seid mir jetzt gerade so blöd. Ne, ich gehe raus. Ich kürze mal ab. Mola, mal wenn da hinten noch was ist. Ich weiß, ich bin manchmal so inkonsequent. Bisschen auf Entfernung gehen mal ausnahmsweise. Jetzt ist es wieder gut. Ob die bezahlte Überstunden kriegen, weil die sich immer wieder so begeistert auf mich stürzen. Naja, vielleicht doppeltes Gehalt und Urlaubsgeld und so weiter und Weihnachtsgeld. Provision für einen erschlagenen Gernot. Können sie aber nicht so oft einlösen. Auf die Schnuffel, ihr coolen Jungs. So. Yay, 114 Gold. Okay, also ich glaube, ich hätte doch einfach rausgehen können. Daran ändert auch ihr nichts. So. Aber die nehme ich mal noch mit. Hat sich dieser Schrein aufgeladen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Okay, zum Gipfel des Ariad. Mal gucken, wie groß der ist. Aktivieren sie den Himmelsalter und sprechen sie mit den Uraren. Nein, das Gespräch wird toll und spektakulär ausfallen. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen cool, dass sie da eigentlich so unten die Welt, wie wir mal so reingesetzt haben. Sieht halt nicht so toll aus wie eine richtige, tolle, moderne Aussicht, aber ist okay. Ja, also das Gespräch wird bestimmt sehr aufregend sein. Wahrscheinlich, weil wir nichts hören und nichts angezeigt bekommen. Kommen wir hier schon in den Welten-Turm? Das wäre ja dann... Gipfel des Ariad wäre ja dann nur so kurz ein kleines Augenschmanker gewesen. Warum? Ach, hier. Okay. Madag, der Rechte... Oh, die richtige Reihenfolge oder was? Oder muss ich erst das Buch lesen? Taltik. Ach was, die muss ich besiegen und erst dann reden sie mit mir, oder wurden die korrumpiert? Oh nein, ich darf keinen Flucht-Teleport machen. Das hätte mir auch mal einer sagen können, aber ich mache mir trotzdem mal ein Tor auf für alle größte Notfälle. Äh. Und jetzt war ich schon zu weit weg, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das muss wohl in diesem Kreis hier stattfinden, oh wow. Das könnte jetzt schwierig werden, aber mal gucken. Ach, nein! Aha! Ich will doch nur die in Mana-Drank trinken. Und Gernot soll sein Dings immer wieder aufheben. Ach, die schieben einen aber auch raus. Muss das sein? Die teilen gut aus. Ach, scheiße. Und hindern mich an meinem Himmelsfaust-Zauber. Aha. Jetzt könnte ich mal Jabari wieder gebrauchen. Hört doch auf damit. Aber ich habe eigentlich den Gipfel nicht verlassen, indem ich da einfach weggegangen bin. Das war mal wieder ungut ausgedrückt. Ich glaube, das wird so im Moment nichts mehr. Aber ich versuche mein Glück. Ja, Jabari hätte da wirklich vielleicht helfen können, ein bisschen. Jetzt weiß ich nicht, ob es das bringt, wenn man sich auf einen irgendwie konzentriert. Oh, oh. Jetzt wird es gefährlich. Ach. Das war es gleich mit Gernot. Obwohl, noch ist er da. Aber nicht mehr lange, so wie das hier aussieht. Ah. Leute, muss das sein? Also hier muss man ganz schön auf Zack sein. Da muss man wirklich, oh, 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 dabei bleiben. Ach. Hört doch mal auf. Vielleicht sollte ich das nächste Mal gleich einfach direkt auf Nahkampf irgendwie legen. Hm. Weil da habe ich so gut getroffen. Die haben mich zwar auch getroffen, aber ich glaube, ich habe im Schnitt mehr rausgehauen. Ich habe das Gefühl, man kann den auch nicht ganz so gut ausweichen. Ah. Ne, gleich bin ich hinüber. Ich habe eine Gutschaden zugefügt, aber es, naja. Es reicht halt einfach nicht. Nein. Okay, Gernot. Ne, das hat keinen Sinn. Bevor ich sterbe und hier Geld verliere. Renn doch, renn doch. Gehe ich lieber durch mein Portal. Dass da mal war, okay. Ah. Ah.